Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung ist die Anzahl der im Stau befindlichen Flaschen gesucht. Es geht hier darum, dass wir, es werden Gliederkettenförderbänder bei Abfüllanlagen von Getränkeflaschen eingesetzt. Wir haben hier diese Abbildung noch gegeben für die Rechenaufgabe. Bei einem Flaschenstau in der Förderanlage werden die Flaschen gestoppt. Hier vorne haben wir diese Stopper. Dabei wird die Gliederkette unter den Flaschen durchgezogen. Ihr seht, hier befindet sich diese Gliederkette. Wie kann man nun die Anzahl der im Stau befindlichen Flaschen ausrechnen? Wir haben hier technische Daten und zwar haben wir hier Stau-Länge, 4,9 Meter. Wir kennen auch den Durchmesser einer solcher Flasche, ihr seht 70 Millimeter. Das bedeutet, hier vorne eine Flasche nimmt jetzt 70 Millimeter Länge Platz ein, die nächste nochmal 70 und so weiter. Bis wir 4,9 Meter haben. Wie kann man jetzt die Anzahl ausrechnen? Man kann jetzt hier hinschreiben, Z ist nichts anderes als die Stau-Länge müssen wir nehmen. Die 4,9 Meter wandeln wir um in Millimeter. Machen wir mal 1000, geteilt durch den Durchmesser einer Flasche, 70 Millimeter pro Flasche, finden heraus, dass sich 70 Flaschen jetzt hier in dem Stau befinden würden, bei dieser Länge von 4,9 Meter. Als nächstes sollen wir die aufgestaute Masse berechnen. Das machen wir folgendermaßen. Was wissen wir über eine Flasche? Masse einer Flasche beträgt 365 Gramm. Das heißt, die komplette Masse, die sich jetzt hier aufstaut, kann man ganz einfach ausrechnen. Im Gesamt nichts anderes als 365 Gramm mal 70 Flaschen finden heraus, dass wir eine Masse haben in Höhe von 25.550 Gramm, was so viel entspricht wie 25,55 Kilogramm. Aufgaben Teil 3 besteht daraus, dass wir die Normalkraft berechnen von dieser aufgestauten Menge. Jetzt haben wir hier ein Problem. Die Normalkraft, dazu gibt es jetzt in der, oder ich sage es mal so, in der waagerechten Ebene, das ist jetzt nämlich sehr wichtig, in der waagerechten Ebene berechnet man die Normalkraft mit Hilfe dieser Formel M mal G. Wo findet man das? Zunächst mal bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe G zu schauen für Gewichtskraft. Sollte euch auf die Seite führen, wo ihr diese Formel findet, FG ist M mal G. Jetzt ist es so, dass in der waagerechten Ebene, und das ist ja das, was wir haben, tatsächlich die Normalkraft man mit Hilfe dieser Formel auch ausrechnen kann. Einfach M mal G. Nicht zu verwechseln mit der Normalkraft in der schiefen Ebene. Dort berechnet man die Normalkraft anders. Deswegen muss man hier halt unterscheiden zwischen Normalkraft in der waagerechten oder schiefen Ebene. Somit kann man, wenn man das jetzt weiß, kann man hingehen und sagen, na gut, Normalkraft ist nichts anderes als M mal G. Wir setzen die Masse ein, 25,55 Kilogramm mal G ist hier vorne gegeben in der Formelsammlung bei der Gewichtskraft mit dem Wert 9,81 Meter die Quadratsekunde. Das entspricht 250,65 Newton. Weshalb Newton? Keine Sorge, darauf gehe ich jetzt auch nochmal schnell ein. Newton. Falls euch die Einheiten absolut nichts sagen, da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis unter Buchstabe P dieses Mal zu schauen für physikalische Größen. Das sollte euch zu einer Seite führen, wo ihr diese Einheiten findet. Jetzt ist es wichtig, mal darauf zu achten. Hier nach der Seitenzahl steht FF Punkt, heißt auch auf den nächsten Seiten steht etwas zu den Einheiten. Da müsstet ihr mal ein bisschen rumblättern, solltet ihr irgendwo die Einheit von Gewichtskraft finden. Wir haben hier zwar die Normalkraft, nichtsdestotrotz ist die Einheit von Kraft gleich und zwar Newton. Wie kommt Newton jetzt zustande, ob Normalkraft oder Gewichtskraft? Wie kommt jetzt Newton zustande? Ganz einfach, indem man auch Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde macht. Das heißt, wenn man diese drei Sachen hat, ergibt das auch automatisch Newton. Wenn wir uns diese Rechnung mal anschauen, siehe da, genau das haben wir ja. Wir haben hier vorne Kilogramm mal Meter die Quadratsekunde. Das bedeutet, der Wert, der hier rauskommt, ist halt in Newton. Aufgabenteil B geht es darum, die Zugkraft FZ setzt sich zusammen aus der Reibkraft FR, verursacht durch den Stau, und der Kettenzugkraft FK. Ermitteln Sie die zu überwindende Reibkraft FR. Da bitte ich euch im Stichwörterverzeichnis, man muss jetzt halt schauen. Man kann tatsächlich mal versuchen, unter Reibungskraft oder Reibkraft zu schauen. Je nachdem, wie alt, wie neu eure Formelsammlung ist, manchmal werden Stichwörter hinzugefügt, manchmal werden wieder weggenommen. Falls ihr dieses Stichwort aber findet, dann solltet ihr euch zu einer Seite führen, wo ihr diese Formeln hier sehen solltet. Wenn ihr dieses Stichwort zum Beispiel nicht habt, versucht es unter Stichwort Reibung. Das sollte euch auf jeden Fall zu der Seite führen, wo ihr dann diese Formeln hier findet. Was wir brauchen, ist ja die Reibkraft, und die Reibkraft ist FR. FR berechnet man einfach Fn mal µ, Fn haben wir bereits, µ haben wir hier in der Aufgabenstellung gegeben, ihr seht, Reibwert 0,05. Das heißt, wir machen hier Aufgabenstellung B, schreiben Reibungskraft ist nichts anderes als Fn mal µ, anschließend 250,65 N mal 0,05. Finden heraus, die Reibungskraft ist 12,53 N sind jetzt hiermit auch fertig. Jetzt geht es weiter in dem Aufgabenteil C. Hier haben wir die Zugkraft gegeben, sowie die Kettengeschwindigkeit. Ermitteln Sie die erforderliche Leistung für den Gliederkettenförderer. Da kann man tatsächlich im Stichwörterverzeichnis unter Leistung schauen. Jetzt bitte ich euch nicht bei elektrische, nicht hydraulische, sondern wir benötigen die mechanische, das ist diese Seitenzahl. Da habt ihr wieder F-Punkt, heißt auch auf der nächsten Seite werdet ihr zu mechanischen Leistung Formeln finden. Wir benötigen die Formel für Zugleistung. Warum die Zugleistung und nicht andere Sachen, weil wir hier vorne die Zugkraft gegeben haben, sowie die Kettengeschwindigkeit. Wenn wir uns diese Formel anschauen von Zugleistung ist hier folgendermaßen, Leistung ist nichts anderes als, ihr seht, Fz mal V. Diese Werte haben wir ja gegeben der Aufgabe, somit können wir diese ausrechnen. Unsere Leistung ist nichts anderes als, Fz mal V mit 150 Newton mal 10 Meter die Sekunde sind gegeben, erhalten hier 1500 Watt. Weshalb Watt? Da bitte ich euch wieder auf dieser Einheitenseite zu schauen, wo ihr schon die Gewichtskraft gefunden habt. Da müsst ihr mal gucken, suchen, dass ihr die Einheit von Leistung findet. Leistung hat die Einheit Watt. Wie kommt Watt noch zustande? Na ja, ihr seht hier vorne ist noch ein Beispiel angegeben. Wenn wir Newton mal Meter die Sekunde haben, können wir diese drei Sachen ersetzen mit Watt. Und genau das haben wir ja. Wir haben Newton mal Meter die Sekunde. Somit ersetzen wir diese drei Einheiten mit Watt. Ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.